Willkommen zurück zu einer neuen Wetterverhersage auf Levetta. Dankeschön für's den Leute einschalten und wir haben heute wieder einiges zu bereden. Bedeutet, wir legen gleich los. Erstmal natürlich vorher ein paar Worte zu der aktuellen Flut noch in Bayern und Baden-Württemberg. Ich war über die letzten Tage wirklich mehrere Stunden verteilt live und hab mal wieder versucht, wie auch im Saarland, die wichtigsten Informationen zu teilen und weiter zu verbreiten. Und ich hoffe, das habe ich in vielen Punkten auch geschafft. Ich hoffe, ich konnte vielleicht auch ein paar Leuten damit helfen mit meinen Livestreams. Das wäre schon genug tun für mich. Es gab leider bis jetzt ein paar Todesfälle und bis jetzt aber zum Glück noch nicht so viele Verletzte, was ich bisher gehört habe. Hoffen wir auch mal, dass es dabei bleibt. Die ganzen Informationen, die immer noch rauskommen, sind wirklich einfach absolut grauenhaft und ich hoffe einfach, dass sich die Lage bald da beruhigt. Ein Riesendank an alle Helfer da vor Ort. Einen riesengroßen Respekt an alle Helfer da vor Ort. Die Daumen sind gedrückt für alle Leute, die jetzt noch in den betroffenen Gebieten wohnen. Und vielleicht habe ich sogar ein paar gute News in dem Video für euch. Soviel einmal dazu. Dankeschön fürs Zuhören und jetzt würde ich sagen, belegen direkt einfach mal los. So, wir beginnen wie sonst immer hier mit dem Satelliten hier in Deutschland. Und wir haben gerade für fast ganz Deutschland auf jeden Fall hier Wolkenbedeckung. Also zumindest ein bisschen. Ich sehe es ja hier draußen. Also hier ist bei uns auch fast alles bedeckt. Also einen großen Teil haben wir hier aktuell Bedeckung von Wolken. Und dann habe ich hier aber mal so einen kleinen Streifen, wo auch mal ein bisschen Aufklärung ist. Und man sieht hier jetzt schon ganz gut unten im Süden, dass wir hier wieder einen neuen Niederschlag reinbekommen. Und natürlich auch nochmal in den Gebieten, wo wir jetzt auch die letzten Tage unsere Warnstufe 4 hatten. Also da kommt wahrscheinlich nochmal einiges in Regen jetzt runter. Vor allem im Eigol und so weiter. Da gehen wir gleich aber nochmal ein bisschen genauer rein. Ich werde in dem Beginn auch mal ein paar Links in die Kommentare packen, wo ihr nochmal alles so ein bisschen genauer angucken könnt. Wo ihr auch noch Live-Ticker habt und so weiter für die Lage unten im Süden. Ich hoffe, das hilft vielleicht auch noch einigen. Und jetzt würde ich sagen, wir gucken einfach mal weiter. Soviel auf jeden Fall einmal dazu. So sieht es gerade vom Satelliten her aus. Also hier viel Regen und hier möglicherweise unser nächstes Gebiet. Dazu kommen wir aber gleich, wie gesagt. Jetzt erst mal vorher kommen wir nochmal zum Deutschen Wetterdienst. Ich habe nochmal ein paar kleine Updates für euch. Denn mittlerweile hat der Deutsche Wetterdienst auch eine Warnstufe 3 vor Regen ausgegeben heute. Für Teile wie Oberstdorf, Lindau und Sonthofen. Also im Allgäu kann heute nochmal viel Regen runterkommen. Diese Meldung oder diese Warnung gilt noch bis 18 Uhr. Ich werde wahrscheinlich auch so gegen 16 Uhr heute live gehen und dann nochmal 2 Stunden natürlich live sein. Und hier steht was von noch bisher beobachten Niederschlagsmengen von 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter. Tritt ergiebiger Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden nochmals Niederschlagsmengen zwischen 20 und 35 Liter pro Quadratmeter erwartet. Also hier in diesem Bereich kann auch nochmal einiges an Regen runterkommen. Und hier haben wir auch nochmal einen Bereich und hier werden es dann auch nochmal so 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter, die hier in diesem Bereich auch nochmal oben drauf kommen könnten. Und das alles gilt jetzt noch bis 18 Uhr. Wie gesagt, also ich denke mal, ich werde auch nochmal nachher live gehen. Und wir haben auch bereits jetzt schon eine Vorab-Info vor schwerem Gewitter heute für Rosenheim, Bad Tölz, Bad Reichenhall und Passau. Da kann also auch nochmal einiges an Regen runterkommen. Das Ganze gilt jetzt noch bis 0 Uhr heute. Und wir gucken mal kurz rein. Ab Montagmittag treten gebietsweise teils kräftige Gewitter mit extremem Unwetterpotenzial auf. Der Fokus liegt hierbei auf dem Starkregen. Mal wieder. Dabei können 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit fallen. Also auch hier ist unfassbar Vorsicht geboten nochmal in diesem ganzen Bereich, in diesem ganzen Streifen nochmal hier unten. Bedeutet, die Lage ist noch lange nicht vorbei. Leider. Ich drücke euch die Daumen auf jeden Fall, wenn ihr da unten wohnt. Und ich kann euch nur empfehlen, nehmt diese Warnungen auf jeden Fall ernst. Der Deutsche Wetterdienst gibt diese Warnungen nicht ohne Grund raus. Aber soviel einmal dazu. Und jetzt geht es weiter mit dem eigentlichen Video. Da sind wir jetzt heute wieder bei Wetter Online. Nicht vergessen, Wetter Online ist auch nur eine Seite. Ist auch nur das, was hier berechnet wird. Ich gucke mir auch alle anderen Modelle an. Und das eigene Modell berechnet heute nicht wirklich Gewitter hier unten. Wir gucken jetzt erstmal auf jeden Fall heute jetzt hier durch. Und da sehen wir jetzt schon, haben wir immer noch diesen ganzen Regen auch in diesen Gebieten hier. Und hier wird dann so gegen, ja, 13, 14 Uhr werden dann hier schon die ersten Gewitter erwartet. Und die sollen dann hier auch teilweise mal vielleicht ein bisschen kräftiger ausfallen. Kann auch nochmal gewissiger Starkregen dabei sein. Aber, und jetzt kommt's, wir haben nicht wirklich was vom Eicom-Modell berechnet. Also hier werden beim Eicom-Modell zwar kleine Gewitter berechnet, vielleicht mal so. Die mal eben hier langziehen werden, aber auf jeden Fall jetzt nicht stark ist. Und das Super D-Modell hat auch eher kleine, aber auch jetzt nicht kräftige Gewitter drin. Dennoch kann's hier heute auch nochmal gewittrigen Regen geben. Und teilweise auch natürlich wieder Dauerregen. Weil ich meine, wenn ihr jetzt mal genauer hinguckt, dann sehen wir schon, dass sich hier immer wieder neue Regenschauern entwickeln. Und die können natürlich auch für die Donau, die wir ja ungefähr so hier in dem Bereich haben, auch nochmal echt gefährlich werden. Und das kann natürlich auch gefährlich werden, dann vielleicht für Orte wie zum Beispiel Passau oder ähnliches. Also gerade jetzt hier in diesen Bereichen ist heute wirklich Vorsicht geboten. Passt da auf jeden Fall auf. Nehmt die Lage auf jeden Fall ernst. Wir gucken jetzt aber mal weiter, was wir jetzt morgen erwarten können. Denn morgen wird sich hier langsam dieses Regengebiet aufbauen. Das sehen wir auch recht gut. Dann haben wir hier diese ganzen Regenschauer in der Nordhälfte von Deutschland. Das wird aber größtenteils auch nicht mehr als Regen sein. Also hier kommt wahrscheinlich auch nur Regen runter. Dann haben wir hier auf jeden Fall diese Front, die hier dann auch reinkommt. Und die kann dann auch nochmal gerade für die Nordhälfte einiges an Regen bringen. Gerade in Orten, die jetzt noch im Vormittag dann hier von den Regengebieten was abbekommen haben. Die können natürlich dann hier nochmal einiges an Regen erwarten. Aber die Regenfront wird noch nicht allzu robust sein und wird sich dann wahrscheinlich recht schnell auch wieder auflösen. Oder stärkste kommen nicht in Deutschland rein. Und dann haben wir hier vielleicht mal kleine Schauer in Deutschland. und vielleicht ganz kleine Gewitter mit den Gebieten hier. Aber ich kann ja jetzt auf jeden Fall nichts Heftiges erkennen. Dann habe ich hier auf jeden Fall ein neues Gebiet, was ich hier entwickeln soll. Was auch nochmal gerade für die Osthälfte dann nochmal einiges an Regen bringen könnte. Oder vor allem so hier für die Mitte von Deutschland und so die Osthälfte von Deutschland. Und dann gucken wir nochmal Donnerstag rein. Denn Donnerstag haben wir auch nochmal kleine Regenschauer in Deutschland. Aber ansonsten sieht der Donnerstag bis jetzt ziemlich entspannt aus und ziemlich ruhig aus. Hoffen wir auch mal, dass es so bleibt. Auf jeden Fall ist es in den nächsten Tagen haben wir weiterhin viel Regen. Auch gerade in der Nordhälfte dann wieder. Und natürlich dann heute gerade jetzt hier so im Südwesten, im Südosten Entschuldigung. Auch da kann natürlich nochmal einiges an Regen runterkommen. Nehmt das auf jeden Fall dort alles ernst. Und wir schauen jetzt aber mal, wo wir jetzt in den nächsten Tagen oder vielleicht sogar Woche den meisten Niederschlag erwarten können. Und dann gehen wir jetzt einfach mal ein wenig nach vorne. Und da sehen wir jetzt schon recht gut dieses neue Mustern, das wir gehen, wo ich gleich drauf eingehen werde. Auf jeden Fall hier alles hier drunter, vor allem so in der Südhälfte und Südosthälfte und Südwesthälfte werden wir am meisten Regen wahrscheinlich sehen. Und hier in der Nordhälfte wird nicht ganz so viel erwartet. Da kann natürlich hier gerade so im Osten und Nordosten einiges an Regen runterkommen. Aber das meiste wird tatsächlich eher so hier in der Südhälfte berechnet. Nicht vergessen, das Ganze ist jetzt über mehrere Tage hier berechnet und kommt jetzt nicht wieder innerhalb von zwei Tagen runter. Aber gerade jetzt so der meiste Regen wird ungefähr so in diesem Bereich hier abhalten von Deutschland. Also so am Alpenrand, im Allgäu oder natürlich hier auch so im Südosten bei Passau und so weiter. Also da können wir jetzt wahrscheinlich mit dem meisten Regen rechnen. Und wenn wir jetzt hier so weiter in die Nordhälfte gehen, da sehen wir auch schon, dass der Regen dann immer ein bisschen weniger wird. Bis auch wie gesagt hier so in der Osthälfte, da kann mehr Regen runterkommen. Das wäre soweit jetzt aber erstmal alles an Infos, was ich für euch heute habe. Ich hoffe ihr konntet ein wenig was mitnehmen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Like freuen. Wenn ihr in Zukunft keine neuen Videos oder Leistungen mehr verpasst wollt, dann lasst ein Abo da und drückt die Glocke an. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dann, bleibt wirklich mal, ich hau da rein und schau. Bis dann. Bis dann, bleibt Mikey US. Bis dann. Ich bin dann. Und ich sehe dich.